Ja, was macht er denn? Wir müssen Tore schießen, nicht da hinten rumspielen. Das sind undisziplinierte Leute, motzen den eigenen Trainer an da. Ist ja wohl nicht zu glauben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die haben ja komplette zweite Mannschaft auf der Bank da. Das ist zu einfach für den Gegner. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geh mal, geh mal, geh mal. 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 Das ist ein Volk. Ich verstehe auch nicht, dass das Volk ist. Ich bin jetzt am Kaiser oder was? Oh mein Gott, wunderbar. Oh, wie schon raus kommt, wo ich hin muss. Geh mal raus. 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 Ja, was wollt ihr denn? Ja, was wollt ihr denn? Von hinten einfach bloß in Taxen rein. Und kleinen Ohren aus! Oh, so ein Spoiler! Ball war längst weg und der haut ihn hinten bloß in die Haxen. Da ist doch klar, dass das rote ist. So, das war die 35. Spielminute. Komm! Komm! Rrrr! Komm! Komm! Komm, komm! 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 Komm, komm! Da spielt Nord gegen Elend und dann so ein Zauberer. Komm, geh mal, geh mal, hol dann. Jawohl! Komm, geh mal, geh mal. Jawohl! Jawohl, geh mal, geh mal! Es ist echt anstrengend, da immer einen Ball holen die Treppen da hoch. Was jetzt? So, was haben wir denn? Ja, das kann er draußen auch binden. Und was will er jetzt? Auswechseln oder was? Da tut er Schuhband im Feld und dann wird er ausgewechselt. Jetzt ist die Härte da. Jawohl, voll auf Nosen. Wohl dann. Jawohl. 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 Mit gestreckten Füß voraus geht der dann rein da. Dass bei so einem Spiel Not gegen Elend so viel los ist. Das war's für heute. Wie weit sie, wie weit sie! Geh mal! Schau mal! Arno! Arno! Komm! Warte, Jungs! Da haben wir nur noch, oder? Hey! 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 Komm! Komm! So, das war die erste Halbzeit in einem aufregenden Spiel, das vom Spielstand her 2 zu 1 für Mühldorf steht. Und das war die erste Halbzeit. Das war die erste Halbzeit.